Alles was Gott tut, das besteht ewig. Man kann nichts dazu tun, noch weg tun, schreibt der Prediger im dritten Kapitel im vierzehnten Vers. Das ist als Losungswort für den heutigen Mittwoch, 26. Mai 2021, ausgewählt. Alles was Gott tut, das besteht ewig. Und man kann nichts dazu tun, noch weg tun. Und diese Gedanken kommen, nachdem er, ja fast möchte ich sagen, philosophiert hat über die Zeit. Jedes Ding unter dem Himmel hat seine von Gott gegebene Zeit. Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Pflanzen und Ausreißen, was gepflanzt ist. Und ihr kennt sicher alle diese schöne Poesie über das Leben. Alles hat seine Zeit und alles braucht auch seine Zeit, bis es ausgekostet ist, bis es abgearbeitet ist, bis es verdaut ist. Und dann schreibt er eben, dass Gott den Menschen auch die Ewigkeit in das Herz gegeben hat, aber man kann sie nicht ergründen. Und der Vers vorne dran, den zitiere ich als auch noch gerne bei Verabschiedungen und Beerdigungen, wo eben alles seine Zeit auch gehabt hat. Und dann heißt es, ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also bei all der Arbeit einen guten Mut zu haben und sich zu freuen und auch wirklich das Essen genießen zu können und das Trinken genießen zu können, das ist eine Gabe Gottes, das ist ein Geschenk Gottes, weil manche Leute können nicht genießen. Und da hat schon Konstantin Wecker gesungen, wer nicht genießt, ist ungenießbar. Und das zweite Wort, das dazu gestellt ist, ist aus dem Römerbrief, aus diesen Kapiteln 9 bis 11, wo es um den Verbleib der Juden geht, was wird aus dem Gottes auserwählten Volk. Römer 11, Vers 29 heißt es, Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Also bezogen wirklich auf das Volk Israel, die sind Gottes auch Apfel und auch wenn sie jetzt ein bisschen im Abseits stehen, weil die meisten noch nicht erkannt haben, so schreibt Paulus, dass Jesus der Messias war, der lange angekündigt war und den Gott dem Volk und der Welt geschickt hat. Aber sie werden zurückkommen, es wird auch ihnen das volle Heil widerfahren. Volles Heil, voller Mond, volle Lebensfreude, auch der Mond kann nicht voll bleiben, man ist nicht immer vollmundig, man hat es nicht immer voll im Griff und voll geblickt. Es gibt immer dieses Auf und ab und manchmal eben auch dieses Nichts da, wenn es eben das Gegenteil von voll ist, leer, ausgeprägt. Alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch weg tun. Und Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück. Eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Ihr Lieben, ich glaube, es ist auch Zeit zu denken an die, denen es nicht gut geht, die nicht in Fülle das Leben genießen können, sondern die abgefangen werden aus einem Flugzeug, die inhaftiert werden, die sicherlich auch gefoltert werden, die vor die Kamera gesetzt werden und dann irgendwelche Bekenntnisse sagen. Und man kann sich schon vorstellen, dass vis-à-vis neben dem Kameramann ein Hermit Kalaschnikow steht. Und wenn man das Falsche sagt, dann ist das Video sowieso wertlos und wird nicht gesendet. Wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen Gottes Einsicht und wir erbitten wirklich auch seine Hilfe und seinen Geist, der ja zu Pfingsten jetzt uns wieder bewusst geworden ist, dass er auch immer da ist. Aber der muss in die östlichen Regionen wehen, damit es dort auch anders wird. Alles Gute für euch und überlegen wir uns, für wen wir heute voll da sein können. Adieu.